ich will eigentlich nur ein zweites kind weil ich gerne wissen möchte wie es aussieht und dann kam ich und dann kam ich zur welt und ich war halt so ein hässliches baby um gottes ich war so hässlich und meine mutter meinte ja dann warst du da und alle kamen und haben dich gesehen und das ist es du sagst dass du ein hässliches kind meine mutter sagt okay das ist ein krasser start also da kommst du auf die welt und denkst also okay jetzt bin ich hier ich kriege gar keine luft das ist ja ich los und dann sagen wir nicht so einfach